Hallo und willkommen zu Teil 3 meines kleinen Anlese-Projekts. Ich hoffe es hat bislang Spaß gemacht. Ich habe mir heute von Herbert Rosendorfer das Buch Die Nacht der Amazonen vorgenommen. Das mag ich sehr gerne. Basiert auf wahren Begebenheiten, auch wenn man es vielleicht nicht glauben möchte oder glauben kann. Viel Spaß! Personenbeschreibung 1,73 m groß, also nicht so arg groß, 1,73 m, nicht gerade ein Riese oder Recke oder Hühne. Wenn ihn viele Jahre später Herr Ernst Hanfstengel, genannt Putzi, als anderthalb Mann beschreibt, so ist das doch ein wenig übertrieben. Vielleicht hat die ferne Erinnerung Herrn Hanfstengel getäuscht. H. Braun. Die Farbe sollte in seinem Leben noch eine bedeutende Rolle spielen. Bart Rot. Auch diese Farbe sollte in seinem Leben noch eine bedeutende Rolle spielen, allerdings eine ganz andere als die Farbe Braun. Bei dem Bart hat es sich übrigens um einen Oberlippenbart gehandelt. Aus früheren Jahren gibt es ein Bild, da ist der Bart hochgezwirbelt. Es ist erreicht. Später dann hat er die Bartenten gestutzt, mehr so in Richtung Manjou. Zu der Rotzwärmerform seines Führers hat er sich offenbar nie entschlossen. Die Frisur, bis weit über die Ohren hinauf geschoren, oben ganz kurz und Mittelscheitel. In späteren Jahren, jedenfalls bei, sagen wir, mehr ausgelassenen Gelegenheiten, z.B. bei einem Faschingsfest im Deutschen Theater, wo er sich mit dem Reichsleiter Max Ammann ablichten ließ, fiel das braune Haar in einer leichten Tolle in die Stirn oder gelegentlich der Nacht der Amazonen da wohl auch. Reichsleiter Max Ammann war der, der Hitlers Tantiemen aus Mein Kampf verwaltete. Jovialer Bayer, auch ein Barockmensch. Zurück zum Bart. Auf den Bildern erscheint er nicht rot, sondern dunkel. Dunkelbraun? Obwohl doch ein roter Bart etwas dediziert Germanisches ist. Hat er seinen Bart mit brauner Schuhwichse eingefärbt? Augenbraun, bogenförmig, Augenblau, also doch ein Germane. Stirn, hoch, steil, Nase, geradlinig. Gegen gekrümmte Nasen war er voreingenommen, milde ausgedrückt, wohl immer schon. Gekrümmte Nasen schlug er ein, wo immer eine auftauchte. Es sei denn, die gekrümmte Nase hätte zurückgeschlagen, was aber leider nur selten vorkam. Dann nämlich zog es die geradlinige Nase vor, sich schnell zu entfernen. Mund? Groß, kann man wohl sagen. Zähne? Oben künstliches Gebiss. Und das schon mit 38 Jahren. Hat ihm einer da einmal die Zähne eingeschlagen? Oder hat ihn ein Pferd getreten? Kinn vorgeschoben, Gesicht rund. Eben ein Barockmensch. Die Bilder zeigen feiste Backen, die seitlich über den Stehkragen oder die steife Uniform herunterhängen. Gesichtsfarbe Rot, Gestalt kräftig. Kräftig war ein Euphemismus für Dick, der hauptsächlich von Schneidern und Verkäuferinnen in Konfektionsläden gebraucht wurde, um die dementsprechenden Kunden nicht zu verprellen. Sprache tief? Besondere Kennzeichen. Linkes Auge infolge eines Schusses erblindet. Er ließ nicht ungern durchblicken, dass er das Auge im Krieg, also im Ersten Weltkrieg, verloren habe. Denen, die wussten, dass er gar nicht im Krieg war, erzählte er, er habe sich durch ungeschicktes Hantieren mit seiner eigenen Pistole das Auge ausgeschossen. Kleidung, gelb-grauer Hut. Es dürfte sich um einen der Hüte in der Art gehandelt haben, die später unter dem Namen Tränkerhut bekannt geworden sind. Hellgraue Hose, Ledergamaschen, dunkle Joppe. Man muss sich dieses Bild ausmalen. Die dunkle Joppe. Kein Sakko, keine Jacke, nein, eine Joppe. Die Joppe. Die deutsche Joppe. Die germanische Joppe. Der rotgesichtige Germane in der Joppe, wahrscheinlich mit grünem Besatz und Hirschhornknöpfen. Die Herrenmenschenjoppe aus Loden. Der rotgesichtige, kräftige Herrenmensch mit dem künstlichen Gebiss oben und dem Herrenmenschenblick. Adlergleich oder noch besser, argleich. Wenn auch nur kalt, da Glasauge. Und, notabene, Ledergamaschen. Die Beschreibung stammt aus einem Protokoll der Polizeidirektion München, aufgenommen am 30. Oktober 1921. Grund der Vorführung des Delinquenten. Verdacht der Beihilfe zum Mordversuch. Name? Weber. Christian. Der August war regnerisch, aber es war der erste friedliche August seit sechs Jahren. Es war Montag und schon halb elf Uhr abends und das Geschäft ging schlecht. Nur der, den sie den Brüller nannten, saß im Eck an seinem Stammplatz unter dem Hirschgeweih und schräg neben ihm ein abgerissener Soldat mit nur einem Arm. Ich habe, sagte der Einarmige, ein eisernes Kreuz, erster Klasse. Zeigen Sie her, sagte der Brüller, aber leise. Der Einarmige zog ein schmutziges Knäuel aus der oberen Tasche seiner Feldbluse und wickelte daraus, umständlich mit nur einer Hand, ein eisernes Kreuz. Fünf Mark, sagte der Einarmige. Solches Zeug kriegt man jetzt überall nachgeschmissen. Für zwanzig Pfennig. Ja schon, sagte der Einarmige, aber da ist noch was dabei. Was? Eine Urkunde. Die Verleihungsurkunde, vom General unterschrieben. Da. Die Urkunde ist ja blanko. Eben, ist mir verliehen worden, ziemlich am Schluss. Der Einarmige lachte. Der General hat zwar noch Zeit gehabt zu unterschreiben, bevor er davon gelaufen ist. Die Schreibstube hat aber nicht mehr Zeit gehabt, meinen Namen einzusetzen. Brauchst nur deinen Namen einsetzen. Fünf Mark. Der Brüller zog langsam eine speckige Geldtasche aus seiner Joppe, machte sie auf, nahm ein silbernes Fünf-Mark-Stück heraus und gab es dem Einarmigen. Der Einarmige packte das eiserne Kreuz wieder ein und schob das Papier und die Urkunde über den Tisch. »Und wie heißt du?«, fragte der Einarmige. »Damit ich weiß, wer mein eisernes Kreuz trägt.« »Das geht Sie gar nichts an!«, schnarrte der Brüller. »Nehmen Sie Ihr Geld und verschwinden Sie!« Der Einarmige grinste wieder, schob sich vom Stuhl und ging. Jetzt war der Brüller allein. Die Kellnerin war schon fort. Nur der Wirt, blauer Bock hieß das Lokal, stand noch hinter der Theke und spülte Gläser. »Herr Wirt!«, schrie der Brüller. »Noch ein Bier!« »Nur gegen Bar!«, brummte der Wirt. »Ich zahle nächste Woche!«, sagte der Brüller. Der Wirt ging ruhig um die Theke herum, trat zur Kasse, nahm eine ausgefranste Kladde, blätterte und sagte. »Achzehn Bier, vier Schweinsbraten, einer mit einem Knödel extra und 26 Kirschtorten mit Schlagrahm. Das ist alles noch offen.« »Als ehemaliger Frontsoldat verlange ich,« krächtste der Brüller, »als Träger des EK1!« »Weber!«, sagte der Wirt ruhig. »Ah, grüß ihn, Herr Gott, Herr Dirigl!« »Grüß ihn, Gott, Herr Kammerlander!« »Ein Sauwetter!« »Und das nennt sich August!« »Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen derhauten August gehabt haben, Herr Dirigl, aber...« Kammerlander machte eine wegbewerfende Handbewegung. »Ich sage Ihnen was, Herr Kammerlander, das hat alles seine Gründe, alles, auch das Wetter, das ist Fügung, respektive Schicksal. Und woher kommt's? Die Fügung, respektive Schicksal, Herr Kammerlander? Ich habe meine Vermutung.« »Lachen Sie nicht?« »Die gottgewollte Ordnung ist zerstört.« »Das sage ich Ihnen, Herr Kammerlander, die gottgewollte Ordnung.« »Und dazu gehört auch das allerhöchste Herrscherhaus.« »Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder die geheiligte Person des Monarchen etc. Und stattdessen, ich bitte Sie, Herr Kammerlander, einen jüdischen Skribenten.« »Jawohl, ja!« »Jud wäre ja noch nicht so arg, Herr Dirigl. Schlimmer, noch schlimmer. Aus Berlin.« »Sie sagen es.« »Aber die gerechte Strafe hat ihn ja erreicht, den Jud.« »Schon, schon, trotzdem. Die gottgewollte Ordnung, das sage ich Ihnen. Sie werden noch an meine Worte denken.« »Ja, was hat er denn, Ihr Bautsal?« »Ach, ach, endlich. Sehen Sie, so ein schönes Hauferl.« »Er hat, ich war schon in Sorge, hat Schwierigkeiten mit der Verdauung gehabt, der gute Bautsal, aber jetzt scheint's, läuft's wieder.« »Und Ihr Wampal?« »Dank der Nachfrag, alles in Ordnung, gell, Wampal?« Die Tür des blauen Bock geht auf, ein Mensch fliegt heraus, schlittert übers Trottoir und fällt in ein Rasenstück neben einem Baum. Der Mensch rappelt sich auf, putzt sich ab, er ist sehr erregt. Dirigl und Kammerlander treten zur Seite. »Bei Fußbautsal! Geh her, der Wampal, damit dir nix passiert!« Bevor der Mensch, wozu er offenbar ansetzt, zu schimpfen beginnen kann, geht die Tür nochmals auf. Der Hausknecht tritt heraus, er hat ein Bündel in der Hand, den Trenchcoat des Herausgeworfenen. Er gibt ihm den Trenchcoat und sagt, »Da, dein Mantel! Und jetzt mach kein Remiteminet, sonst lange wirklich hin!« Der Hinausgeworfene zieht leise brummend seinen Trenchcoat an und trollt sich dann. »Ah, der Herr Weber, der Hausknecht, guten Abend! So, so! Ein Stammgast hinaus expediert!« »Ja, der Herr Kammerlander, guten Abend!« »Ja, Stammgast, jawohl, ja! Wenn wir nur solche Stammgäste haben, täten wir uns sauber dastehen!« »Unsanft expediert,« sagt die Riegel. »Naja,« sagt der Hausknecht, »nicht ganz unsanft, er ist mir nicht unsympathisch.« »Sie heißen ihn den Brüller. Adolf heißt er. Wer sich schreibt, weiß ihn nicht. Ein Infanterist, jetzt politisch. Er behauptet, dass er Maler ist. Also nicht Anstreicher, Sie verstehen, sondern Maler, Kunstmaler.« »Haha, verstehe,« sagte die Riegel, »von der Sorte, kunst mir nicht zwei Mark leihen.« »Wenn er ein Roter wäre,« sagt der Hausknecht, »dann, mein Lieber.« Aber er ist einer von den Nationalen. Da passe ich auf, dass er sozusagen sanft hinausfliegt. Ein Hausknecht, was den Namen verdient, nämlich, der wirft ihnen pfeilgerat gezielt den Gast hinaus, genau, wo er ihn haben will. Den da, den Brüller, den Adolf, den werfe ich immer hinaus, dass er genau da auf das weiche Rasenstück fliegt. »Naja,« sagt Kamerlander, »ich verstehe. Wer weiß, heutzutage, wer weiß, was selbst aus einem ehemaligen Infanteristen und Kunstmaler werden kann. Man hat ja schon Beispiele, und dann vielleicht dankt er ihnen. Der da! Nein, der wird nix. Der wird bestimmt nix. Jeder, aber der nicht. Aber trotzdem werfe ich ihn sanft hinaus.«